Hallo liebe Nähfreunde, heute möchte ich mit euch dieses kleine feine Schleifentäschlein nähen. Das gibt es in unterschiedlichen Größen für verschiedene Handys oder Smartphones, aber auch in einer größeren Variante, die ihr zum Beispiel als Abendtäschlein ausführen könnt. Naja und wenn euch die Schleife nicht gefällt, dann lasst sie sie einfach weg und habt trotzdem einen kleinen praktischen Begleiter. Dabei werden alle Größen gleich genäht und wir nähen heute zusammen die kleine Variante und zwar für ein Smartphone. Die Vorderseite von unserem Täschlein wird von einer hübschen Schleife geschmückt und auf der Rückseite ist eine Klappe, die zum Beispiel mit einem Knopf verschlossen werden kann. Hier drin hat dann euer Telefon Platz und es gibt sogar ein zusätzliches Fach, in dem ihr eine Geldkarte oder zum Beispiel Geldscheine aufbewahren könnt. Das Schnittmuster mit allen Taschengrößen und für die verschiedenen Varianten findet ihr meinen Block. Es enthält einmal das Außenteil, zwei Schnittteile für die Schleife, dann das Innenteil und Schablonen für die Klappe. Die Stoffe habe ich hier schon einmal zugeschnitten, der Punktestoff ist hier für die Außenseite, der gestreifte Stoff für die Schleife und hier das ist mein Innenfutter. Auf das und auf das Außenteil müssen wir jetzt Markierungen übertragen, an denen später der Stoff gefaltet wird. Dafür nehme ich mir den Stoff, und das Schnittteil, lege es aufeinander und übertrage hier an den Stellen die sogenannten Knipse. Mit einer kleinen Schere schneide ich das hier ein. Und genauso beim Innenteil. Und das Schnittmuster. Und das Schnittmuster. Und das Schnittmuster. Schneidet dabei nicht zu tief in den Stoff ein, fünf bis maximal sieben Millimeter reichen. Für Stabilität und Volumen benötigen wir jetzt noch etwas Bügeleinlage. Und zwar einmal auf dem Außenteil eine Vlieseinlage, die habe ich hier schon aufgebügelt und auf das Innenteil kommt Volumenvlies und zwar nur auf dem Bereich, der hier auf dem Schnittteil markiert ist. Und das bügele ich jetzt mal auf. Das Volumenvlies wird mit einem feuchten Küchentuch schrittweise jeweils 15 Sekunden lang fixiert. So, jetzt haben wir alle Schnittteile soweit vorbereitet und wir können mit dem Nähen beginnen. Zuerst nähen wir die Schleife zusammen. Dafür nähen wir uns das Viereck, falten es rechts auf rechts zusammen und nähen hier die offene Seite mit einem Zentimeter Nahtzugabe zusammen. Und genau das gleiche machen wir jetzt auch mit dem kleinen Quadrat. Anschließend bügeln wir bei beiden Teilen die Nähte auseinander und wenden sie. Bei dem großen Teil lege ich hier die Nahtzugabe in die Mitte, bügle sie hier auseinander und dann wende ich das Teil und bügle noch einmal drüber. Bei dem kleinen Teil ist hier so ein Kochlöffelstiel ganz praktisch, den kann ich einfach in die Öffnung einschieben und dann auch wunderbar die Nahtzugaben auseinander bügeln. Und zum Wenden benutze ich dann dieses Stäbchen hier. Und dieses Schleifchenband nähen wir jetzt an den offenen Enden nähfüßchenbreit zusammen, wobei diese Naht hier außen liegt. Diese Schlaufe wird jetzt gewendet und dann die Schleife hindurch gezogen. Jetzt falten wir die Schleife ziehharmonikaförmig zusammen und stecken sie hier in die Schlaufe. Ganz hilfreich ist eine kleine Zange, mit der können wir das ganz einfach hier durchziehen. Die fertige Schleife wird jetzt auf das Außenteil genäht. Und zwar genau zwischen die Knipse, die wir zuvor gemacht haben. Das ganze stecke ich mir hier mit ein paar Nadeln fest. Die Nahtzugabe beträgt dabei Nähfüßchenbreite, also ungefähr sieben Millimeter. Nun können wir die Außen- und die Innentasche zunächst an einer kurzen Seite zusammennähen. Dafür legen wir beide Schnittteile rechts auf rechts, wobei wir die Außentasche an der Kante annähen, an der sich kein Volumenvlies befindet. Und wenn ihr die Außentasche jetzt auflegt und ihr eine Schleife habt mit einem Muster, das in eine bestimmte Richtung verläuft, müsst ihr darauf achten, dass hier die Stelle ist, die später oben ist. Jetzt lege ich das hier auf, stecke mir ein paar Nadeln und wir nähen die Naht mit einem Zentimeter Nahtzugabe zusammen und lassen hier schon in der Mitte eine Wendeöffnung von ungefähr sechs bis sieben Zentimetern. Und jetzt lege ich das hier auf, stecke mir das 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 auf. So und diese Naht bügeln wir jetzt. Und zwar bügeln wir zuerst die Nahtzugaben auseinander, dann legen wir beide Teile links auf links zusammen und jetzt bügeln wir noch einmal über die Kante drüber. So sieht unser Teil jetzt aus und bevor wir unsere Tasche komplett zusammennähen, zeichnen wir zunächst unsere Klappenform an. Dafür lege ich das auseinander und nehme meine Schablone und lege diese an diesem Knips hier oberhalb der Schleife an. Und zwar jeweils an beiden Seiten mit einem Abstand von einem Zentimeter zur Kante. Jetzt nehme ich hier einen Stift, zeichne das Ganze ab. Mein Schnitt enthält noch eine weitere Schablone, ihr könnt euch aber natürlich auch eine eigene Form ausdenken. Damit ihr meine Linie hier gut erkennen könnt, benutze ich einen Bleistift. Ihr könnt natürlich besser einen Markierstift oder zum Beispiel Kreide verwenden. Unsere Klappe haben wir nun angezeichnet, jetzt können wir unser Teil wieder zusammenlegen und falten jetzt die Außen- und die Innentasche anhand der Knipse, die wir zuvor gemacht haben. Dafür drehen wir unser Teil jetzt um und beginnen hier am ersten Knips damit unsere Innentasche zu falten. Und zwar geht es hier nach oben, am nächsten Knips falten wir nach unten und hier achten wir darauf, dass die Kanten genau aufeinander treffen. Am nächsten Knips falten wir wieder nach oben, sodass der letzte Knips hier auf diese Kante trifft. Und dann können wir uns hier schonmal ein paar Nadeln stecken. Jetzt drehen wir das Ganze um und schauen, dass auch auf der anderen Seite alle Knipse bzw. Falten genau aufeinander liegen. Jetzt ziehe ich mir das hier zurecht und wir müssen darauf achten, dass die Kanten hier genau übereinander liegen. Die Innentasche ist ja leicht schräg, sodass wir das hier ein Stück rüber ziehen müssen. So, ich lege das hier zusammen und der letzte Knips, wie auf der anderen Seite, trifft auf die oberste Kante. Und auch hier stecken wir uns ein paar Nadeln. Ihr habt alles richtig gemacht, wenn der Stoff hier leicht beult. Das liegt nämlich an der Innentasche. Jetzt drehen wir das Ganze um und falten auch die Außentasche. Und zwar hier an dem untersten Knips wird das Ganze nach oben gefaltet, sodass die obere Schleifenkante genau auf diese Kante hier trifft. Die offenen Seiten von Außen- und Innentasche treffen ebenfalls hier komplett aufeinander. Und nun kann ich mir ein paar Nadeln stecken, im unteren Bereich durch alle Stofflagen, wobei ihr eher darauf achten müsst, dass die Schleife hier keine Falte bildet. Und auch die andere Seite stecken wir so fest und achten darauf, dass sich keine unerwünschten Falten bilden. die Böden sind in der Nähe. Wir können ein paar Mal aus Sie. Und wir können das Mal aus der Stelle zusammen eingeblenden und wir haben. Also können wir, wir können bei der Böden nutzen, wie Sie, in der Böden mit den Zirkenkante, Die sind die Zirkenkante, uns Leiten haben in den Zirkenkante, und sie können uns einiges Sachen anfangen. Wir können uns bezeichnen. Wir können uns ich gerne nach den Zirkenkante eben nicht. Wir können die Zirkenkante geben ein paar Mal aus. Die sind besser oder andere Stofflagen aus, Flagge sind. Die sind die Zirkenkante. Wir können diese Zirkenkante nicht. Jetzt nähen wir eine Naht hier rundherum, zuvor aber entfernen wir noch die Nadeln von der Rückseite. Wir fangen jetzt hier an der oberen Kante bei den Falten an zu nähen und zwar mit 1 cm Nahtzugabe. Hier unten bei der Klappe nähen wir genau auf der angezeichneten Linie. Die Klappe nähen wir genau auf der Klappe nähen. So sieht unsere fertige Naht jetzt aus. Jetzt müssen wir die Nahtzugaben und den überstehenden Stoff noch gut verschneiden und anschließend können wir die Tasche schon durch unsere Öffnung die wir zuvor gelassen haben wenden. Bis zu 5 mm könnt ihr dabei an die Naht heranschneiden, an den Rundungen vielleicht einen kleinen Tick mehr. Jetzt kommt die Wahrheit ans Licht. Wir greifen hier durch unsere kleine Öffnung die wir zuvor gelassen haben und holen unser Täschlein nach draußen. So und jetzt sind wir schon fast fertig. Wenn ihr exakt gearbeitet habt, schaut mal, dann sind die Ecken hier schön sauber. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch die Wendeöffnungen hier schließen. Ja und wer mag, kann auch noch die Rundung, die Klappe hier einmal absteppen. Und jetzt müssen wir jetzt noch die Rundung. So. 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 Bevor ich die Klappe jetzt absteppe, bügle ich sie noch einmal über und zwar so, dass der Innenstoff außen nicht zu sehen ist. Jetzt braucht unsere Klappe natürlich noch einen Verschluss. Entweder macht ihr das mit einem Knopfloch und zum Beispiel hier so einen bezogenen Knopf oder ihr verwendet Kleppband, das ihr auf die unvernähten Schnittteile zuvor aufgenäht habt oder ihr macht es euch ganz einfach und nehmt ChemSnaps so wie ich. Bevor ich die Löcher für die Knöpfe mit der Aale steche, stecke ich mir hier so ein kleines Stück Styropor oder auch ein Stück Pappe in die Tasche hinein vor das Innenfach, schließe die Klappe und kann dann hier wunderbar hineinstechen und treffe nicht die anderen Stofflagen. Und dann schließe die Klappe. Und dann schließe die Klappe. So und jetzt noch die Anprobe. Aha. Passt also gut. Na dann hoffe ich ihr hattet viel Spaß bei meiner kleinen Nähanleitung und jetzt richtig Lust bekommen euch auch so ein kleines dieses Schleifentäschlein zu nähen. Ja und noch viel mehr Nähanleitung und Schnittmuster findet ihr in meinem Nähblog Patti Du. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.